Lisa, gib mir meine Sch... gib mir... Wie sagt die? Ich hab gar nichts. Hier ist die, hier, hier, richtig. Digga, gib mir meine! Das ist doch deine! Digga, Roat, Wallabila, ich komm zu dir nach Hause. Ich fick dich direkt im Stream. Hast du das verstanden, Digga? Gib mir doch meine Sch... Hey, was ist denn? Digga, Willi, was machst du? Was willst du? Drück einfach einmal springen und dann... Was hast du für eine scheiß Musik, Digga? Hey Digga, Danny, muss ich dich ficken! Nein, 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 ist tut mir leid, ist tut mir leid. Hey, es tut mir leid! Ganz genau! Es tut mir leid, ich hib die Hand, ich hib die Schere. Danke! Ey, ich hib die Hand, ist doch gut, ich bin hoch! Ich bin gleich hoch! Okay, 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 warte, ich probier's. Ich brauche mir mal jetzt nach Hause zu fliegen, glaubst du? Ich auf, ich auf, ich auf, ich auf, ich auf! Geb die Hand! Ich lass mal vom Grundschick runtergehen! Du Talent! Bitte, Roat, ich auf! Ich bin das nicht, Rohart, Digga. Weißt du, wie man mit Villagern handelt? Ey, bitte auf! Ich habe noch zwei Leben, bitte nicht! Wie 2 Leben? Dann wärst du jetzt schon tot, Digga! Kehrt mich! 2,5 Leben! 2,5 Leben! Ich schwör auf alles! Ich schwör auf alles 2 Leben! What? Dein Freund! What? Hast du die Asmaragde? Digga! What? The 12 level, du Bastard! Ja, 12 ist gar nichts! Entspann dich! Komm her! Digga, warum schleppst du so viel Lapis mit? Digga! Ich hab auch keine Anemion Klicks! Okay, jetzt ist es vorbei, Danny! Ich hatte 20 Level, du Penis! Die hatten zwölf auch, die hab ich mir hart wieder erfarmt, Stinker! What? Hast du dir das gefallen? What? 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 Ich hab eben um mein Leben gebattelt! Wo bist du? Ich hab gebattelt wie ein Hund! Wie ein Hund hab ich gebattelt, wie ein Hund! Dann bell auch, ich hab nix bei ihnen gehört! Irgendwie gebattelt, das reicht schon! Das reicht schon! Schon für TikTok vorbereiten! Wo ist er? Digga, what? 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 Henry's Gear! Denk an Henry's Gear! Henry's Gear! Danke! Okay, los! Liebe! Okay, komm! Ich fass dich an! Das war ich nicht! Das war ich nicht! Schwer auf alles! Guck im Chat! Das war Monte! Hab ich dich getroffen oder was? Tut mir leid, Danny! Ich muss erst mal für Gerechtigkeit sorgen, Monte! Oha! Oha! Er will dich ficken! Du bist ein Mixer! Du bist ein Mixer! Du bist ein Mixer! Hat einer noch von euch Quark? Du kleiner Mixer! Alles gut! Kleine Fotze! Du bist ein Mixer, Digga! Der fette Lego, das bin ich! Was ist denn das? Oha! Boah! Mord im Hektischer! Ey! Digga! Willst du dich einlutschen oder was, Digga? Geisteskrank! Wirst du mich wieder mit angreifen? Oh, da kommt der Bastard wieder! Wenn ich geschwächt bin, wenn da keiner am Boden ist! Hast du gehört, wie schwer ich das gemacht habe? Der wieder auf Körpergewicht! Auf meine Schwachstelle! Mit der Achillesse, mit der Achillesse, mit der Achillesse, mit der Achillesse ist das! Oha, er ist fast nett! Wir sind dann immer weg! Oha, ne, wirklich nicht! Einmal muss ich dich holen! Vergelungsschlafen! Nee, den verpiss dich, Digga! Das Schild ist kaputt, Digga! Lauf! Du Wichser! Oh! Karl Bogo hältst deinen Bogen! Karl Bogo! Ohad, was soll das? Jaaa! Ich hab das gesehen! Oh! Warte, komm her, komm her, komm her! Alter! Also wirklich, Digga! Ja, du bist in meinen Schuss gelaufen! Ja, ja, alles klar! Digga, ich werde auch ernten! Ohad! Hä? Warum jetzt? Ohad, bin ich tot, bitte auf! Brauchst du so eine Katze? Ohad, Ficky! Komm in die Arena! Was kriege ich, wenn ich ihn ficke? Anerkennung! Ohad, ich bin in meiner Safe Zone! Willi! Ich brauche Hilfe, meine Elite-Rassure! Ohad, ich würde gerne zugucken in der Arena! Nee! Sie ist in meine eigene Lava gefallen! Oh mein Goood! Dann ist die verbrannt, Willi! Oh mein Goood! Willi, bist du in deine eigene Falle gefallen? Ja! Nein! Es wird alles verbrannt! Dann hattest du irgendwas aus Netherite? Nein! Nein! Willi, ja! Wo ist deine Falle? Basti, nein! Eli, schau dir mal mein Haus an! Nein! Was soll ich machen? Wollen wir eine Riesenwette machen, also! Alle zusammen! Ja, aber nur... Wir machen einen großen Topf! Nein, wenn ihr Cracks mitspielt, denkt euch auf Basti beim Looten zugeguckt! Der hätte ich fast einen Anfall bekommen! Nee! Wir machen ohne Basti! Basti... Alter! WTF! Jeder... Jeder Strip meint nur! Nein, ich meine großen Topf aus den Teams, also wir spielen trotzdem im Team! Ja, genau! Basti ist nischtisch! Basti ist nischtisch! Schau bei dir! Äh, ich... Also ich weiß nicht, wie lange ihr die Wette machen wollt, aber ich bin noch ne Stunde... Also... Ja, okay, dann bin ich mit Isa! Nein, nein, nein! Doch, doch, doch! Digga! Digga! Warte mal, warte mal! Hört mir mal! Ey! Entweder bist... Wie? Du bist da mit Isa! Okay, warte mal! Okay, dann bin ich mit Danny! Fühl ich! Gendry ist hier mit uns leiten! Gendry ist hier mit uns leiten! Okay, dann ist Isa mit Willi! Ähm... Danny mit Roh... ... ... ... ... Basti mit Jalo! Basti, was baust du hier nach? Bugst du Hula? Rohr, komm mal her! Wir wollen mit nem Boot mal nen Ausflug machen! Ich zeig dir nen geheimen Ort, Digga! Ich hab noch nen Sattel, ne? Willst du ein Pferd haben? Ach so! Wofür? Für ein Pferd! Wenn du haben willst! Wie, Minecraft jetzt oder? Oder wie... Ja, ne, ich hab nen Pferd für dich in real life! Ah, Digga, du sprichst immer so ein Rätseln! Ist hier irgendwo ein Blitzer oder treutst du wieder? Nee, hier ist hier... Hier ist kein Blitzer! Das ist die alte Zeit, Digga! Die alte RP-Zeit! Heute im Boot! Ich hab noch nie gesehen! Boah! Glaubst du, das Boot hat nen 3er Schiff? Ja, hier, hier, hier! Tschüss! Guck mal, Digga! Guck mal, wie es ist! Guck mal! Oh, oh! Oh, oh! Eih! Ah! Das ist crazy! Digga, guck mal, wie das hier aussieht, Alter! Tschüss! Ey, das sieht voll krank aus! Sieht aus, als wäre so ein Beteroid hier gelandet! Ja, ja! Boah! Was denn? Sogar mit dem Ding hier! Sagst du hier nen Haus bauen? Ne! Ne! Was wäre so dieses... Hier werden die Besprechung gemacht! Ey, P-Ding! Hier wird am Tisch geredet! Aber es sieht schon ziemlich cool aus! Oh, guck mal, wie geil das hier alleine aussieht, Alter! Oh, oh! Das sieht schon ziemlich cool aus! Oh, guck mal, da geht's doch rein! Guck mal, hier! Hier geht's rein, Digga! Aber du kannst nicht so lange schwimmen, ne? Du hast keine Wasseraffinität! Sind es hier nicht die... Ne, das sind kein Diamanten! Das Lapis! Digga! Das ist so ein schöner Ort, Alter! Ich sag's dir, äh, ganz offen und ehrlich! Das ist schon ein Wund... Oha, Digga! Hier mit dem dicken Pool, Alter! Oh, hier kann man sogar auftauen! Du hast keine Ahnung! Und die... Ich hab Ahnung! Und die Ahnung ist, dass du... Ich verpiss ein ganzes Ohrensohn! Ne! Oh, hier ist ne... Hier ist ne Mobfarm! Oha, komm mal her! Oh, da ist ja auch ne Kiste, Digga! Ja, da gibt's auch ein paar Sachen drin, so Schallplatten und so! Die bringen wie ich's damit, die freut sich immer! Ich hab's dir in die Augen geguckt! Bei mir ist Musik! Oh oh! Jetzt sterbe ich jetzt! Ne, warte so schnell! Oh mein Gott! Der ist bei mir! Du Notensohn! Ich will nicht sterben! Hab ihn! Digga, hier geht's ja übelst runter, Alter! Ey, die ist ein Dings! Ey! Geil! Weißt du, was wir machen können? Was? Diese Dinger hier, ne? Das kann man abbauen! Und dann sieht's aus wie so... Wenn du's über dein Bett machst, wie so ein Sternehimmel! Oha! Hier sind Dias! Ey! Hier sind zweimal Dias! Ey! Nicht abbauen! Nicht abbauen! Wir haben gleich ne Wette! Und dann kommen wir schön hierher und bauen die Dias ab! Hier ist wieder dieses Dings, ne? Oha! Oh mein Gott! Es wird... Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Digga, es scheint alles dunkel! Ey! Bau dich weg! Bau dich weg! Und jetzt? Weg! 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 Oha! 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 Digga! Nein! Du Fettsack, Junge! Ich hab einen abgebaut! Was ist das denn? Was ist das denn hier für ne Kette? Digga, guck mal hier, Alter! Hier waren wir noch nicht! Oh, hier ist mein Chef! Genau da bei diesem Dings, Digga! Ich raste aus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier ist Ancient City! Weg! Weg! Was ist da drunter? Soll ich runtergucken? Digga! Oh mein Gott! Pass auf! Digga! Digga! Oh mein Gott! Was ist das ganz genau, Digga? Er... Was macht... Er macht den Breakdance! Oha! Was ist das denn da unten, Digga? Komm mal her! Digga! Komm mal her! Bruder, ich hab nicht diesen Wassereimer, weißt du? Ich krieg immer Schaden, wenn ich runterfalle! Warte hier! Sprich hier rauf! Worauf? Ich hab hier Wasser platziert! Wenn ich jetzt runterspringen, passiert nichts? Ne, ne! Oh ey! Digga! Wo sind wir hier? Digga! 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 Du könntest ihn töten, indem... Digga! Ich kann vielleicht eine Operation starten! Digga! Ein Glied oder was? Nein, nein, nein! Ich geh runter! Hör mir zu! Ich geh runter! Ich trigger ihn, dass er hierherkommt und wir Bow Spam ihn! Du Bruder, ich hab gar keine Ahnung, wie das funktioniert! Wie war's für Bow Spam? Wir... Wir sind über ihn und hinten hier die ganze Zeit mit nem Bogen! Dann kann man nicht sterben! Ich hab nicht mal ein Schild dabei! Egal, ich hab noch eins für dich! Komm her! Du bleibst hier oben! Ich werd runtergehen! Mit Wassereimer! Chat, wenn er hier unten ist, können wir ihn dann Bow Spam? Ich hab das noch nie gemacht, Bruder! Ich weiß nicht, was du meinst! Also du hast die ganze Zeit mit nem Bogen auf ihn schießen! Hör auf! Was machst du? Digga, er schießt einfach rein! Oh oh! Oh mein Gott! Digga! Ey! Digga, ich... Hör auf, hör auf! Digga, das ist halt der... Also der härteste Boss, ne? Gegen den man kämpfen kann! Ich fühl mich nicht bereit, Digga! Sag ich dir ganz offen und ehrlich so! Lass uns den lieber markieren und hier nochmal irgendwann anders wieder hinkommen! Nein! Das ist langweilig! Ich geh jetzt runter! Hol die Sachen in der Kiste! Hast du genug Platz im Inventar? Jaja! Okay, gut! Dann kann man! Mal gucken wir, wie es sich entwickelt! Ich hab deinen Rücken! Halt! Da ist nichts! Guck dir mal diese komplette Stadt an hier! Digga, das ist geisteskrank! Guck mal, da sind vier Kisten! Links in einer Reihe! Da müssen wir ran, Digga! Ah, hier unter hat direkt die Kiste, ne? Ja, warte, ich hol die! Da sind mehrere Kisten, Digga! Ah ne, nicht zu kippen! Ah ne, nicht zu kippen! Ah ne, nicht zu kippen! Lauf, 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 lauf! Lauf, lauf, lauf! Aber hier kommt doch gar keiner! Komm hier hoch! Doch, doch, doch! Der kann auch durch Wände schießen! Der hat nur Antäuscher gemacht, Digga! War was in der Kiste? Jaja, ne Hose! Mit Reparaturen, Halbbarkeit 3! Oh mein Gott! Lauf, 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 lauf! Oh mein Gott! Lauf! Lauf, lauf, lauf! Ich klemm! Lauf! Lauf, 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 lauf! Ah ne, nicht zu kippen! Ich hab das falsche Werkzeug! Ich doch nicht! Ah ne, sie kippen! Lauf, lauf! Ich bin zu fett, Digga! Lauf, lauf! Ich bin zu doof zum Basteln! Warte, warte! Digga, der hat Respekt vor mir! Nein! Der ist ein Arschloch! Nein, ich baue einfach zu, Digga! Der Fettsack ist zu doof! Oh oh! Oh oh! Was ist das? Was ist das? Ne, ich will nicht sterben, Bruder! Auf gar keinen! Ich krieg Schaden! Ich krieg Schaden! Nein! Voila! Er schießt durch Wände! Hör auf! Digga, ich verpisse mich! Warte, 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 warte! Ich fürchte! Oh mein Gott, ich bin gleich tot, Digga! Ich muss mich dringend hier hin! Nicht schießen! Doch, Mann, ey! Ey, ich verpiss mich! Ich verpiss mich! Bruder, nimm mein Stuff mit! Ja, warte, gleich, gleich! Ey, move Basti in den Channel! Move Basti in den Channel! Ich quitt auch! Ich quitt auch! Damit die Chunks nicht laden! Ich bin jetzt rausgegangen, damit die Chunks nicht laden! Digga, er läuft hier, Basti! Ich hab so Angst! Mehr konnte ich nicht mitnehmen! Auf sechs Armabars hättest du zwei, drei Hits aus! Drei, vier Hits aus! Er riecht mich! Er riecht mich! Er riecht meinen Arsch! Er riecht mein Stick in den Arsch! Nein, ich baue einfach zu, Digga! Der Fettsack ist zu doof! Vor allen Dingen der Clip startet, ich baue einfach zu, der Fettsack ist zu doof und du kriegst direkt danach Damage! Isar! 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 Was machst du? Hey, was denn? Ich brauche keine Dias ab! Meinst du die Dias, die du dir extra schon freigebaut hast für die Challenge gleich? Guck mal, Digga, deswegen ist sie gekommen! Digga, deswegen ist sie gekommen! Weißt du, wie die aussahen? Nein, nicht deswegen bin ich gekommen! Ich hab Wolle dabei! Ich wollte euch Wolle bringen! Ja, ich hab auch immer Wolle in der Tasche, ist klar! Nein, Wolle! Wolle läuft, passiert nix! Er schießt durch Ende! Dexing Gaming sollte verboten werden in Minecraft! Digga, ich erfiss mich! Digga, du hast dich wirklich wie ein Fertsack eingestellt! Ich will euch helfen! Klauze Rohart, Junge! Du hast mich allein gelassen, Alter! Ich hab deine Sachen geholt, Digga! Ja, Mann, ey!